Bei Investments macht nicht nur der börsentägliche Sport einen großen Unterschied, sondern auch die Kosten. Wer eine Immobilie kauft, schaut ja auch, ob er 2,5 oder eher 3,5 Prozent für die Finanzierung aufbringen muss. Wie sich das zum Beispiel bei Mini-Futures auswirkt, zeigen wir Ihnen jetzt mit Matthias Hüppe von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Hüppe. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, enge Spreads, das ist eine Sache beim Trading, aber auch bei der Anlage schauen wir alle drauf. Die Kosten insgesamt, da wird es schon schwieriger, denn erstens sehe ich die auf den ersten Blick, nicht alle Anbieter weisen die aus. Und wir müssen mal gucken, welchen Einfluss haben denn die Kosten auf den Basispreis und damit auch auf meine möglichen Renditeerwartungen. Hier haben wir mal Basispreis nach Tagen an drei Beispielen mit Kosten von 2,5 Prozent in Rot, 3 Prozent in Blau und stattlichen 3,5 Prozent in Schwarz und damit alle marktüblich. Genau, also alles marktüblich. Das ist jetzt beim Mini-Future-Zertifikat. Beim Mini-Future-Zertifikat ist es so, da es eine unendliche Laufzeit theoretisch hat, müssen die Kosten ja irgendwie, oder man muss auch sagen, die Marge des Emittenten irgendwo reingerechnet werden. Und das passiert in der Regel über Nacht. Das heißt, es gibt eine Marge, einen Kostensatz, der über Nacht angerechnet wird und der dann diesen Basispreis, wir haben jetzt die Long-Variante, entsprechend um diesen Satz erhöht. Und hier haben wir einfach mal in drei Fallen auf 360 Tage gezeigt, welchen Einfluss das hat. Also ob wir mit 2,5 Prozent, wie gesagt, 3 Prozent und 3,5 Prozent. Und dann sieht man schon, auf ein Jahr reden wir dann schon von 140 DAX-Punkten Unterschied, ob man sich, sage ich mal, für den günstigeren Emittenten entschieden hat oder für den teureren Emittenten. Und wenn man das jetzt mal überlegt, oft wird geschaut, um 1 Cent beim Spread ist die entscheidende Größe. Hier reden wir aber dann von 140 Cent, eigentlich Unterschied, natürlich auf ein Jahr Laufzeit gesehen. Und das wird überhaupt nicht beachtet. Also das ist so ein Punkt, wie Sie schon sagten, bei der Kredit, weil im Endeffekt, wenn man ein Hebelprodukt kauft, ist es ja ein kreditfinanzierter Kauf. Dann sollte man auch auf die Kredite, auf den Kreditzins achten. Auf die Kosten achten, ja. Genau. Und das scheint bei vielen Anlegern zumindest nicht der Fall zu sein. Zumindest sieht man nicht, dass die günstigen Produkte jetzt mehr abgesetzt werden, als die teureren. Aber Mini-Futures hält man ja auch eher kurz. Ja. Da spielt es ja dann nicht so rein, bei zwei, drei, fünf Handelstagen. Ja, das ist so eine Denke, die dann kommt, wenn ich nur drei Tage investiert bin oder fünf Tage, dann ist das ja gar nicht, dann ist der Unterschied ja nicht so groß. Für ein Investment mag das ja stimmen. Wenn man aber 100 Mal drei Tage investiert ist, dann ist man insgesamt doch 300 Tage investiert. Und dann hat man insgesamt zwar immer nur klein, vielleicht hier zwei Cent, da zwei Cent mehr verloren, aber insgesamt dann doch vielleicht auch diese 100 Punkte wieder verloren. Weil man einfach zwar nur für wenige Tage, aber dann häufig investiert war. Deswegen, das ist so, als wenn Sie, sag mal, statt einen Kredit über ein Jahr, zwölf Kredite über einen Monat nehmen, dann würden Sie auch sagen, okay, die summiert sich zusammen. Und das Gleiche ist auch hier der Fall. Deswegen, auch wenn es nur wenige Tage sind und dann vielleicht es nur ein, zwei Cent ausmachen auf die wenigen Tage. Also hier in dem Beispiel, wenn wir mal von 14 Tagen reden, sind es sechs Cent. Also aber auch da sieht man 14 Tage Haltedauer, sechs Cent. Und wenn man dann sagt, beim Spread habe ich einen Cent gewonnen, weil ich vielleicht einen anderen Anbieter gewählt habe, dann habe ich aber fünf Cent dann hinterher wieder verloren, weil ich den teureren von der Marge gewählt habe. Also auch da die reine Investitionsdauer, da muss man seine gesamte Dauer, die man investiert ist, betrachten und nicht nur das Einzelgeschäft. Schauen wir uns mal so eine Haltedauer an und gucken wir mal einen Mini-Future an, mit Beispiel letztes Jahr, wo der DAX ja gottenschlecht abgeschnitten hat. Ja. Und hier sehen wir aber den DAX in Grau, den Mini-Future in Blau. Und lange ist man mit einem Mini-Future, und da ist ja der Charme, noch kurze Funktion, dass dem Basispreis eine Barriere vorgelagert ist. Das heißt, im Knockout-Ereignisfall bleibt sozusagen noch ein kleiner Restwert. Also man hat immer noch was von seinem Kapital über. Das hat ja eine ganze Zeit lang geklappt, bis zum Herbst. Was war dann das Problem bei diesem Produkt letztendlich? Ja, was heißt das Problem? Also wir haben jetzt einfach mal wirklich gezeigt, wie das über ein Jahr ist. Und wir haben hier ein sehr konservatives Mini-Future-Zertifikat im Hebel nur beim Start von 2,1 gewählt. Also das heißt, der DAX wurde nur um den Faktor 2 verstärkt. Das sieht man ja auch. Die Schwankungen, also wo es hier runter geht, klar, aber auch hier oben, die wurden jetzt nicht gegenüber Hebelprodukten mit Hebeln von 2. 20, 30 sehr stark überspielt. Und das sind auch, und das sehen wir häufig, Mini-Future-Zertifikat, wo man einfach sagt, ja, ich möchte den DAX nur mit einem Hebel von 2 oder 3 spielen. Also auch ein längeres Investment. Klar ist, und wir haben das jetzt einfach mal hier gelassen, das zeigt sich natürlich deutlich, wenn der DAX 20 Prozent macht und ich mit dem Hebel 2 drin bin, dann mache ich auch meine 40 Prozent Verlust plus noch ein bisschen mehr. Und das haben wir hier gezeigt, indem sich halt Basispreis und die Knockout-Schwelle immer wieder ein bisschen nach oben anpassen durch die Finanzierungskosten. Das muss man hier auch dazu rechnen. Und hier ist es dann so, ob man hier dann 100 Punkte höher oder niedriger notiert, hängt halt dann davon ab, welches Produkt man gewählt hat. Grundsätzlich muss man sagen, jetzt haben wir ja nicht Money-Management da. Man hätte natürlich hier irgendwo auch mal verkaufen können, gar keine Frage. Aber ich glaube, hier sieht man ganz gut, wie einfach die Bewegung des DAXes eben um diesen Hebel 2 einfach wieder abgebildet wird. Jetzt hätte man ein Short-Beispiel machen können, das wäre dann besser gelaufen. Aber ich glaube, auf der Long-Variante ist es einfach mal besser darstellbar. Was unterscheidet Mini-Futures von Turbo-Option-Schein im Wesentlichen? Gut, die einen laufen endlos, die anderen nicht. Die einen werden entsprechend Basispreis-Barriere angepasst, die anderen nicht. Aber was ist so der Grundunterschied sonst im Konstrukt je auch nach Marktlage? Der größte Unterschied ist vielleicht, die Turbos sind eher die mit den höheren Hebeln, weil ich habe ja immer eine vorgelagerte Stop-Loss-Schwelle. Das sind jetzt in diesem Fall meist 50 Punkte beim DAX. Das heißt, ich kann gar nicht näher als 50 Punkte an den DAX-Niveau rankommen, weil dann hätte ich schon sozusagen diesen Stop-Loss. Das heißt, um einen möglichst hohen Hebel zu haben, bin ich dann eher bei den Turbo-Option-Scheinen, weil die können auch theoretisch ein, zwei Punkte nur entfernt sein. Dann habe ich einen gigantischen Hebel. Wenn ich ein bisschen Hebel 20 oder darunter suche, dann sehen wir eher, dass dann viele dann sagen, dann nehme ich den Mini-Future. Und beim Turbo ist es so, da zahle ich in der Regel ein Aufgeld durch dieses Gap-Risiko, weil es eben nicht die vorgelagerte Stop-Loss-Schwelle gibt, während ich beim Mini-Future in der Regel kein Aufgeld oder nur ein geringes Aufgeld zahle. Das ist dann auch immer noch mal so eine Geschmackssache. Also grundsätzlich sehen wir schon, die, ich sage mal, aggressiveren Trader sind dann eher mit den Turbos aktiv, während die, die vielleicht dann auch nicht so hohe Hebel in Anführungszeichen benötigen, dann eher zu den Mini-Futuren gehen. Okay. Was würde man in der aktuellen Marktlage mit einem DAX gerade so um die 11.3, 11.4 bevorzugen? Ist schwierig, wenn man uns jetzt, also ich sage mal so, wir können nur sehen, was die Anleger machen. Zurzeit sehen wir halt sehr geringere Schwankungen. Jetzt haben wir mal ein bisschen wieder Erholung gesehen, ein klein bisschen. Dann sieht man schon, dass sich die meisten Long positionieren, aber dann auch eher sogar noch ein bisschen mit defensiveren Hebeln. So richtig die aggressiven Hebel sehen wir zurzeit selten. Das ist dann schon eher dann, wenn wir wirklich starke Schwankungen haben. Also das merkt man auch. Interessanterweise, je stärker die Schwankungen sind, desto stärker werden dann auch die hohen Hebel gesucht. Und wenn die Schwankungen gering sind, gehen auch viele eher sogar auf die, in Anführungszeichen, defensiveren Hebel. Weil sie einfach sagen, jetzt spiele ich eher so ein bisschen einen mittelfristigen Trend von einigen Tagen und nicht von Stunden oder Minuten, was wir natürlich bei starken Schwankungen im Markt sehen. Matthias, super, vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, Mini-Futures sind eigentlich angetan, um in wenigen Stunden oder Tagen zu handeln, beziehungsweise zu traden. Nichtsdestotrotz, die Kosten sind enorm unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter und die müsste man auch mit im Blick haben. Nicht alle weisen sie konkret aus, aber es macht einen Unterschied, gerade bei längeren Lauf- oder Haltezeiten, wenn man 2,5 oder 3,5 Prozent bezahlt. Alles klar, wenn man dann geht, ist, oder? Nichtsdestotrotz, das ist. Nichtsdestotrotz, das ist das, was wir jetzt überlassen. Nichtsdestotrotz! Nichtsdestotrotz. 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 Vielen Dank.